14-Jähriger erwürgt Mitschüler. Tötete er Jona 16 aus Liebesfrust? Wenden, Olpe NRW, Jona K. 16 wurde am Dienstag von seinen Eltern als vermisst gemeldet, nachdem er nicht von der Schule nach Hause ins Dörfchen Rotemühle 792 Einwohner gekommen war. Tags darauf wurde seine Leiche um 19.50 Uhr und weit seiner Schule gefunden. Am Donnerstagabend gab die Polizei bekannt, dass ein Klassenkamerad 14 gestanden hat, Jona mit bloßen Händen erwürgt zu haben. Mögliches Motiv Liebesfrust. Der Mitschüler wurde am Nachmittag um 15.15 Uhr dem Haftrichter in Lennestadt wegen Totschlagverdachts vorgeführt. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Im Falle einer Verurteilung droht ihm nach Jugendstrafrecht eine Maximalstrafe von 10 Jahren. Der deutsche Tatverdächtige hatte sich erst als Zeuge gemeldet und besorgt getan. Er hoffte wohl, so würde kein Verdacht auf ihn fallen. Bei einer zweiten Vernehmung verstrickte sich der Junge in Widersprüche. Die Ermittler waren sich schon nach der Obduktion sicher, dass Jona gewaltsam zu Tode kam. Ursache Gewalt gegen den Hals Der Gerichtsmediziner habe bei der Leichenschau festgestellt, dass sich die Verletzungen beim Opfer nicht mit einem Sturz oder Unfallgeschehen vereinbaren lassen. Wichtige Hinweise von Mitschülern Mit dem 14-Jährigen hatte sich der ehrschmächtige Jona vor der Tat gestritten. Die Befragung von Mitschülern durch die Polizei ergab, dass der Verdächtige verdreckte und nasse Kleidung anhatte und sich nervös verhielt. Gegenüber Mitschülern soll er gesagt haben, dass sie ihn nicht verraten sollten, das sei wichtig. Nach diesen Zeugenaussagen wurde der Jugendliche erneut vernommen, räumte dann zunächst ein, gemeinsam mit Jona den Unterricht geschwänzt zu haben. Erst am Donnerstag vor dem Haftrichter gestand der bislang unbescholtene Junge, Jona erwürgt zu haben. Jona leistete verzweifelte Gegenwehr, doch laut Polizei war der jüngere Mitschüler ihm körperlich überlegen, hat er die Statur eines 16-Jährigen. Beide seien zuvor Freunde gewesen. Staatsanwalt Rainer Hauptmann Es hat eine Beziehung zwischen Opfer und Täter gegeben. Das Motiv war wohl verschmähte Liebe. Der Verdächtige hatte sich in Jona verliebt und wohl unter Druck gesetzt, weil Jona seine Zuneigung nicht erwiderte. Es kam laut Ermittler zu einer verabredeten Aussprache während der Schulzeit, die den 14-Jährigen so verärgerte, dass er rot sah und handgreiflich wurde. Wie Bild aus Ermittlerkreisen erfuhr, gibt es keine Hinweise darauf, dass Jona schwul gewesen sei. Der 16-Jährige wollte die Freundschaft beenden. Es kam zum Streit und einer körperlichen Auseinandersetzung, so die Ermittler. Schließlich habe der jüngere Jona getötet. Nach der Tat ging der Schüler zurück ins Schulgebäude, nicht zum Unterricht, aber unter anderem auch, um sich zu säubern. Die Schule teilte auf ihrer Homepage mit. Die Schule trauert um ein Mitglied ihrer Gemeinschaft und ist in Gedanken in diesen schweren Stunden bei der betroffenen Familie. Die Schüler würden nun durch Psychologen betreut. Am Freitag ist Schulfreibrückentag. Jonas Fußballverein SV Rote Mühle hat alle Wochenendspiele abgesagt.